Er ist nur noch auf dem Leisnischer Löschgruppenfahrzeug und von der Tatsache, dass dieses Fahrzeug jetzt doch über einen größeren Löschwassertank verfügt, kann es durchaus sein, dass auch unser Fahrzeug mal auf der Autobahn zum Einsatz kommt. Und dann wäre gesagt, das ist ein Finkgas-Wilder-Faltbarer, wo man dieses Löschwassertank, was also drin ist.